Das war aber schon die zweite Muschung. Bei der ersten war ich zu klein und zu wenig Gewicht gehabt. Vier Monate, fünf Monate vorher. Da haben sie mir Lebensmittelmarker gegeben. Damit ich die halt gleich zu nehme. Und dann bei der zweiten Muschung haben sie gesehen, es ist ein paar Zentimeter gewachsen. In einem halben Jahr, nicht einmal ein halbes Jahr. Und ein paar Kilo zugenommen. Da habe ich gerade das Gewicht gehabt zu verschießen. Dann war das Gewicht da. Sonst war ich gesund. Heute war ich zu klein und zu wenig Gewicht gehabt. Und da war ich der Kleinste. Auch bei uns in der Kompanie bin ich im letzten Jahr zu hinten mitgelaufen. Weil ich war so gut, bin ich Lehrmeisterin oder die Chefin. Da hat man immer gesagt, mein Gott, du nicht mehr essen, damit du nicht zunehmst. Du musst noch einrucken. Aber was bist du mit 16 Jahren? Wenn du etwas zum Essen gehst, hast du halt gegessen. Und danach haben wir halt, wo ich tauglich geworden bin, tut man fest. Das war halt einmal nicht. Ich meine, das hat jetzt nichts mehr Begeisternis zu tun. Wenn man zuerst auf der Tafel aufgeschrieben hat, wenn wir 27 erstürmende Feinde fahren und stürmen. Und auf der anderen Seite stand der Jahrgang 27, der Schreck aller Feinde. Weil das war halt trotzdem mal ein Sofa gegangen. Da hat man das ganze Dorf Schnaps gekriegt. Und da hat er gesehen, er braucht aber keinen Schmied und keinen Bauer. Und da hat er gesehen, dass ich da beziehe bin, hat er gesagt, dann ist das gut. Dann kommst du in die Führermesse. Jetzt habe ich in zwei Monaten überhaupt keine Ausbildung gemacht. Ich bin bloß 40 Tage mitgekommen mit denen im Januar und dann nicht mehr. Dann haben die bloß noch eine Kommission hergeschickt, haben uns gleich überstellt zur Pionier-Kompanie und fertig aus. Und wir müssten noch ein Stück hinter Prag und dort müssen wir uns melden. Also wir haben bloß zwei Tage Zeit gehabt von dem Lager zum anderen. Wenn man geschieden gewesen wäre, wenn ich heimgefahren wäre, hätte ich nicht riskieren können. Weil das hätte mir keinem als Soldat angeschaut. Wenn ich riskiert hätte, wäre ich heimgefahren. Und hätte ich dann einen Monat noch zwei im Wald versteckt, hätte ich kein Mensch. Aber man ist noch zu dumm. Man ist noch zu jung und zu dumm. Man hat das gar nicht gedacht. Jetzt natürlich übernimmt ihr Maschinengewehr. Jetzt hat dann unser Zugführer gesagt, komm, ihr zwei. Wir waren von Landsberg am Lech und ich. Wir waren immer benannt. Ihr zwei seid eh immer benannt. Und dann seid ihr gewirrlich. Wollt ihr nicht das MG übernehmen? Na gut, wir haben keine Ahnung gehabt. Wir haben noch ein paar Tage gelernt mit einem MG-Schuss und die Ladehemmungen beheben und so weiter. Und dann haben sie sich langsam so an die Front angebracht. Einen Tag sind wir da so gefahren. Man hat nicht gesagt, dass wir fix... Man hat gemeint, wir kommen wieder zurück. Und danach sind wir halt an die Front und da haben wir schon gehört. Ein kleines Schüssen und die Dinge. Und dann hat man gesehen, ich habe mir so einen Obacht gegeben. Es sind Heckenschützen miteinander. Die Russen hängen auf die Bäume da oben. Nehmen wir so eine Vorsicht. Das hat man uns bloß ein kleines vorgeführt. Und dann sind wir halt am nächsten Tag, wenn wir wieder ein Stück führen. Und dann hat es schon ein kleines Krach. Da haben wir schon die Dinge. Und dann gibt es so einen Treffen. Und dann gibt es hier Schluss. Und dann dauern Sie auf die Säge. Und dann geht's das Montage. Und dann würde ich jetzt noch einšechno. Und dann gehen Sie auf die Säge.